Angela Freeman wurde am 16. Januar 1976 geboren. Angie war eher eine Stubenhockerin, auch wenn sie gerne mit Freunden ausging. Sie zog es dennoch vor, ihre Zeit zu Hause zu verbringen. Wenn sie von der Arbeit in einem Restaurant nach Hause kam, ging sie meistens direkt in ihr Zimmer und sah Fernsehen. Die Mutter von Angie gab zu, dass sie und Angie nicht immer ein sehr gutes Verhältnis hatten und Angie war einige Monate zuvor aus dem Elternhaus ausgezogen. Obwohl sie die Schule in der 9. Klasse abgebrochen hatte, hatte sie vor kurzem begonnen, für ihren Abschluss zu lernen und sie freute sich auf die Zukunft. Die 17-jährige Angie verließ am Freitag, dem 10. September 1993, gegen 1 Uhr nachts die Wohnung, die sie mit einer Arbeitskollegin teilte. Sie hinterließ eine Nachricht, dass sie in Kürze zurück sein würde, sagte aber nicht, wohin sie gehen wollte. Um 1.30 Uhr hielt sie bei Pizza Hut in ihrer Heimatstadt Petal, Mississippi an und sprach dort kurz mit einem Ex-Freund, bevor sie das Restaurant wieder verließ. Danach kehrte sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück und sie wurde auch nie wieder gesehen. Am frühen Freitagnachmittag war Angies Onkel in der Nähe von New Augusta, Mississippi unterwegs, als er Angies Auto entdeckte. Das Fenster auf der Fahrerseite war heruntergekurbelt, aber es befand sich niemand im oder am Fahrzeug. Der Onkel war besorgt und rief sofort Angies Mutter an und teilte ihm mit, was er gesehen hatte. Als sie ihre Tochter nicht erreichen konnte, wusste sie sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie rief die Polizei und teilte ihr mit, dass das Auto ihrer Tochter verlassen aufgefunden wurde und Angie verschwunden war. Zu diesem Zeitpunkt, als Angie verschwand, war sie im vierten Monat schwanger. Es ist jedoch unklar, ob sie noch eine Beziehung mit dem Vater hatte. Ihre Mutter wusste, dass Angie nicht freiwillig verschwinden würde, weil sie schwanger war und sie suchte verzweifelt nach ihr. Angies Mutter war verwirrt darüber, warum sie sich in der Gegend aufhielt. Sie hat dort draußen auch keine Freunde gehabt. Laut Angies Mutter waren die Beamten des Sherrys Department zunächst nicht wirklich besorgt, als sie ihre Tochter als vermisst meldete. Der Sheriff behandelte den Fall wie einen Ausreißer. Angies Stiefvater wies auf eine kleine rote Pfütze in der Nähe des Autos hin und fragte die Beamten, ob es sich um Blut handeln könnte. Einer der Hilfssheriff stocherte in der Pfütze herum und versicherte ihn, dass es sich nur um Getriebeöl handelte. Am Montag gab es immer noch keine Nachricht von Angie und ihre Angehörigen machten sich immer mehr Sorgen. Normalerweise war Angie ein sehr verantwortungsbewusster Teenager und als sie nicht zu ihrer geplanten Schicht in dem Restaurant erschien, gingen alle vom Schlimmsten aus. Der Sergeant der Polizei von Petel gab zu, dass Angies Verschwinden verdächtig erschien, weil sie keine Zahnbürste, kein Make-up oder keine Kleidung, einfach nichts mitgenommen hatte. Sie hatte kein zusätzliches Geld dabei. Nichts deutete darauf hin, dass sie vorhatte, einfach nicht wiederzukommen. Auch kurz vor ihrem Verschwinden bezahlte Angie die Raten für ihr Auto und deckte sich mit Lebensmittel ein. Sie kaufte auch eine große Auswahl an Babykleidung für ihr ungeborenes Kind. Zudem wartete bei ihrer Arbeit auch noch ein Gehaltscheck auf sie. Als ein Reporter am Montag gegen 17 Uhr anrief, um zu fragen, was unternommen wurde, um Angie zu finden, schickte der Sheriff Beamte mit Suchhunden. Die Hunde gingen direkt zu dieser Pfütze, auf die der Onkel von Angie die Beamten am Freitagnachmittag hingewiesen hatte. Die Pfütze war zu diesem Zeitpunkt trocken, aber der Hundeführer entnahm eine Probe, die zur Analyse geschickt wurde. Am Dienstag setzte ein Such- und Rettungsteam aus Louisiana Hunde ein, um das Gebiet, in dem Angies Auto gefunden wurde, nach möglichen Hinweisen auf Angies Verbleib abzusuchen. Die Hunde bewegten sich in Richtung eines Flusses und zogen ihre Hundeführer bis zum Ufer. Die Suchtrupps fanden dort ein paar weiße Tourenschuhe, die von der Mutter vorläufig als die ihrer Tochter erkannt wurden. Sie sagte, sie könnte sich nicht sicher sein, da Angie ihre Kleidung selbst einkaufe, aber die Tourenschuhe hatten die richtige Größe und ähnelten ein Paar, das sie Angie schon einmal hatte tragen sehen. Taucher wurden in den Fluss geschickt, um nach Spuren von Angie zu suchen, aber sie fanden nichts. Die Ermittler befragten die Freunde und die Verwandten von Angie, aber keiner von ihnen hatte eine Ahnung, was mit ihr geschehen war. Der Polizeichef sagte, dass man keine handfesten Beweise für ein Verbrechen habe, räumte aber ein, dass Angie auch nicht der Typ Teenager sei, der einfach so verschwindet, ohne irgendjemanden zu kontaktieren. Am Mittwoch, dem 15. September 1993, durchsuchten Ermittler das Auto von Angie, das bei ihrer Mutter abgestellt war. Sie untersuchten das Auto auf Fingerabdrücke und fanden nur einen, den sie jedoch nicht identifizieren konnten. Im Aschenbecher des Wagens fanden sie zwei Patronenhülsen. Da Angie keine Waffe besaß, war es ein Rätsel, wie diese dorthin gekommen waren. An der hinteren Windschutzscheibe des Wagens sahen die Ermittler etwas, das wie Blut aussah und auf den hinteren Kofferraum heruntertropfte. Sie entnahmen eine Probe und schickten diese zur Analyse, um festzustellen, ob es sich dabei tatsächlich um Blut handelte. Angie war zuletzt auf dem Parkplatz des Petal Pizza Hut gesehen worden. Sie hatte dort angehalten, um ihren Ex-Freund, dem 23-jährigen Stephen Lindsay, zu sprechen. Stephen war der stellvertretende Manager des Restaurants und sagte, Angie würde mal gelegentlich vorbeikommen, um ihn zu besuchen, während er bei der Arbeit war. Er behauptete, sie habe wieder mit ihm zusammenkommen wollen, aber er sei nicht interessiert gewesen und habe ihr das dann auch gesagt. Laut Stephen erinnerte er sich während des Gesprächs mit Angie plötzlich daran, dass er vergessen hatte, ein Computerprogramm zurückzusetzen, damit es bereit war, wenn das Restaurant am Morgen öffnete. Daher ging er wieder hinein, um dies zu erledigen. Als er wieder herauskam, war Angie verschwunden und das war wohl auch typisch für sie. Er hat sich daher nichts dabei gedacht. Ein weiterer Ex-Freund von Angie wurde ebenfalls von den Ermittlern befragt. Der 21-jährige Larry Posey. Der erzählte Reportern, dass er und Angie kurz zusammen waren und immer noch gelegentlich miteinander sprachen. Er sagte, dass er zur Polizei gehen musste und die Polizei ihn befragt hat. Er sagte den Reportern, dass er glaube, Angie habe ihr Verschwinden inszeniert und dass sie versucht, einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Angehörigen von Angie sagten, dass sie einfach keinen Grund hatte, von zu Hause wegzulaufen und dass es für sie keinen Grund gab, ihr Auto auch einfach stehen zu lassen. Sie waren überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde und sie waren verärgert über die Art und Weise, wie der Sheriff die Ermittlungen anfangs geführt hatte. Die Suche nach Angie wurde eine Woche, nachdem sie das letzte Mal gesehen wurde, eingestellt. Tauchteams hatten den Fluss noch abgesucht und nach möglichen Beweisen gesucht, aber nichts gefunden und auch die Suchrunde hatten kein Glück. Die Ermittler erklärten, sie würden weiterhin am Ufer des Flusses mal entlang gehen, um nach Hinweise zu suchen, aber es werde keine groß angelegte Suchaktion mehr geben, solange bis neue Hinweise eingehen. Die Beamten wiesen darauf hin, dass der Fluss zu diesem Zeitpunkt auch nicht sehr hoch stand und die Strömung nicht sehr stark war. Wenn ein Körper im Wasser gelegen hätte, hätten die Suchenden ihn finden müssen. Die Schwester von Angys Ex-Freund Steven erzählte Reportern, dass sie Angie sehr gut kannte, aber sie nicht immer miteinander auskam. Zuerst dachte sie, sie würde sich nur verstecken, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber mittlerweile ist sie sich dann nicht mehr sicher. Sie gab zu, dass Angys Leben nicht unbedingt so verlaufen war, wie sie es sich erhofft hatte, aber sie hatte immer noch Träume für die Zukunft. Sie sprach oft davon, dass sie Krankenschwester werden wollte. Sie hatte alles so geplant, dass sie es schaffen konnte. Sie hat versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, aber es hat einfach nie so richtig geklappt. Sie glaubte vor allem, dass Angie einfach nur jemanden wollte, der sie liebte. Das Such- und Rettungsteam kehrte am Sonntag, dem 19. September 1993, nochmal zum Fundort des Wagens zurück. Mithilfe von Suchhunden lokalisierten sie einen Bereich des Flusses, in dem sie Angys Körper zu finden glaubten. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr durchsuchten den Fluss in diesem Bereich, konnten aber keine Spur von Angie finden. Einige Familienmitglieder und Freunde von Angie verbrachten Stunden damit, das Flussufer und das angrenzende Waldgebiet nach Anzeichen von Angys Geldbörse oder Autoschlüsseln zu suchen. Diese Gegenstände waren nicht in Angys Auto zu finden und die Suchmannschaften waren nicht in der Lage, diese zu finden. Angys Stiefvater sagte, dass sie das Gebiet Zentimeter für Zentimeter abgesucht hätten, aber nichts gefunden hätten. Am 24. September 1993 erfuhren die Ermittler, dass die Substanz, die an Angys Auto und im Sand daneben gefunden wurde, eindeutig als menschliches Blut identifiziert wurde. Obwohl noch weitere Tests erforderlich waren, bevor die Beamten wussten, ob es sich wirklich um Angys Blut handelte, war der Befund sehr beunruhigend. Die Suchteams kehrten dann zum Fluss zurück und führten eine weitere Suche durch, wobei sie diesmal ein Gewirr von Baumstämmen bewegten, falls Angys Körper darunter stecken geblieben war. Obwohl die Spülhunde anzeigten, dass sich ein Körper im Wasser befinden könnte, verlief die Suche erneut ohne Erfolg. Drei Wochen nachdem Angie zuletzt gesehen wurde, erklärten ihr Onkel und ihre Mutter gegenüber Reportern, dass sie glaubten, man habe Angie etwas angetan und wahrscheinlich in den Fluss geworfen. Die Spülhunde waren weiterhin in der Gegend unterwegs, aber Dutzende von Suchaktionen hatten nichts im oder am Fluss ergeben. Die Verwandten von Angie waren ständig in der Gegend anwesend und hielten schweigend Wache, während die Ermittler den Fluss nach Hinweisen durchsuchten. Im März 1994 sollte Angie ihr Baby zur Welt gebracht haben. Ihre Mutter kündigte ihren Job, um sich ganz der Suche nach ihrer Tochter widmen zu können, aber die Ermittler gaben zu, dass die Ermittlungen in Stocken geraten waren. In der Hoffnung, Geld für eine Belohnung aufzutreiben, beschloss die Mutter, einen großen Trödelmarkt zu organisieren. Sie veranstaltete schließlich zwei, einen im Mai und einen im Juli. Zusammen brachte sie mehr als 5000 Dollar ein. Als der erste Jahrestag von Angies Verschwinden näher rückte, sprach ihre Mutter mit einem Hellseher, der ihr mitteilte, dass Angies Körper im Wald vergraben war, nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der ihr Auto gefunden wurde. Der Hellseher war der Meinung, dass Angie durch Stichwunden ums Leben gekommen war. Der Onkel von Angie suchte diese Gegend mit einem Freund ab, der einen ausgebildeten Suchhund hatte, aber die beiden wurden nicht fündig. Zwar gab Angies Mutter zu, dass sie nie wirklich an Hellseher glaubte, aber zu diesem Zeitpunkt war sie bereit, alles zu versuchen, um ihre Tochter zu finden. Die Mutter von Angie war immer noch etwas aufgebracht über die Art und Weise, wie die Ermittlungen gehandhabt wurden, als Angie vermisst gemeldet wurde. Sie war der Meinung, dass Angie gefunden worden wäre, wenn das Sheriff-Departner nicht vier Tage gewartet hätte, bevor es mit der Suche begann. Die Jahre vergingen und Angies Angehörige hatten sich mit der Tatsache abgefunden, dass sie nicht mehr nach Hause kommen wird. Ihre Mutter tat alles, was in ihrer Macht stand, um den Namen ihrer Tochter in der Öffentlichkeit zu halten, aber da es keine neuen Hinweise gab, verloren die lokalen Medien bald das Interesse an dem Fall. Im Juni 1997 suchten die Ermittler eine Kiesgrube ab, weil sie einen Hinweis erhalten hatten, dass Angies Körper dort sein könnte, aber sie fanden nichts. Der Sheriff räumte ein, dass die Suche aussichtslos war, da die meisten Hinweise, die sie erhielten, lediglich Gerüchte waren. Im September 1998 war Angie bereits seit fünf Jahren verschwunden und die Ermittler hatten immer noch keine Ahnung, was mit ihr passiert sein könnte. Ihre Mutter sagte gegenüber den Reportern, was mir am meisten Angst macht ist, dass die Leute sie vergessen werden. Das beunruhigt mich wirklich am meisten. Angies Familie hatte eine Belohnung von 7.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu ihrer Rettung führen aber. Seit Jahren gab es keine handfesten Hinweise mehr. Im Jahr 1999 schickten die Ermittler das am Straßenrand und in Angies Fahrzeug gesammelte Blut erneut zur DNA-Analyse ein. Die Test bewiesen, was ihre Mutter schon immer vermutet hatte. Es war Angies. Auch wenn es zu wenig war, um zu bestätigen, dass Angie umgekommen war, vermuteten die mit dem Fall befassten Personen dies schon seit Jahren und wussten, dass es sich wahrscheinlich um einen Mord handelte. Die Mutter von Angie kämpfte immer weiter, um ihre Tochter zu finden. Im November 2011 sammelte sie Geld, um eine Plakatwand aufstellen zu lassen und setzte weiterhin eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Rettung von Angie führen. Sie hoffte, dass dies zu neuen Hinweisen führen würde, aber der Fall von Angie blieb ungelöst. Im November 2021 teilte der Sheriff mit, dass der Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Obwohl er nicht viel sagen wollte, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, erklärte er, Wir wissen, dass sie Pizza hat, in ihrem Fahrzeug verlassen hat. Wir wissen, dass etwas von dort bis zur Brücke passiert ist, wo ihr Fahrzeug gefunden wurde. Leider reichten die Beweise nicht aus, um zu beweisen, dass eine einzelne Person für das Verbrechen verantwortlich war, so dass keine Anklage erhoben wurde. Angie war erst 17 Jahre alt, als sie im September 1993 einfach verschwand. Sie war damals im vierten Monat schwanger. Der Name des Vaters wurde nie öffentlich bekannt gegeben und es ist unklar, ob er als Verdächtiger im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden gilt. Aber Angie wurde nie wieder gesehen.